Ein Film, den ich ehrlich gesagt überhaupt nicht auf meinem Radar hatte, von dem ich auch bis zum Release vom Mediabook so gut wie gar nichts gehört habe, ist The Adventures of Ford Fairlane mit Andrew Dice Clay, den dann NSM in mehreren Mediabooks veröffentlicht hat. Ich habe mich für dieses Covermotiv entschieden, weil es mir irgendwie am besten zugesagt hat, wir werden dann die anderen Coverartworks auch noch sehen, aber irgendwie fand ich, dass Andrew Dice Clay relativ cool hier auf der Motorhaube von seinem tatsächlichen Ford Fairlane liegt, was mich ein kleines bisschen wundert. Ich meine, cool schaut es aus, aber ich glaube, kein echter Autoliebhaber würde das machen und sich auf die Art freiwillig den Lack zerkratzen. Das Kennzeichen hat aber außerdem, glaube ich, schon Danny Trejo patentiert. Was mich etwas stört an diesem Artwork ist die Tatsache, dass es, was bei näherer Betrachtung sicher auch auf dem Video erkennbar ist, nicht sonderlich scharf ausgefallen ist. Vor allem hier beim Titelschriftzug kann man dann sogar ganz, ganz leichte Treppcheneffekte erkennen. Außerdem ist das Ganze wieder einmal relativ unsauber verarbeitet und eine kleine Spur vom Frontcover ist auf den Spine übergegangen, was in meinen Augen ein absolutes No-Go ist bei einem hochpreisigen Produkt wie den typischen Media Books. Das Backcover ist dafür wiederum gestaltet, wie man es von NSM gewohnt ist. Was ich eben ziemlich genial finde, der Film ist von Rennie Harlin und neben Andrew Dice Clay sind auch noch Priscilla Presley, Robert England und Ed O'Neill in dem Film zu sehen. Wodurch es mich ehrlich gesagt noch einmal doppelt und dreifach wundert, dass ich bis dato davon noch nie etwas gehört habe. Das war dann auch der Grund, warum ich, obwohl ich aktuell relativ viele Media Books schon fast auslasse, weil mich einfach Filme interessieren, die im Media Book erscheinen, aber den doch haben musste. Hier übrigens das alte deutsche Kinoplakat, das war das ursprüngliche Cover, das ich angedacht hatte, was mich vom Stil ein kleines bisschen an das PS4 Spiel Virginia auch erinnert, beziehungsweise an einen ganz besonderen Designstil, aber mir dann im Endeffekt doch etwas weniger zugesagt hat, als das Cover, für das ich mich entschieden habe. Das Innenartwork von diesem Film, bei dem man nach den ganzen Bildern, die ich bis jetzt gesehen habe, irgendwie glauben könnte, dass die Hälfte der Produktionskosten von Marlboro übernommen wurden. Innenartwork leider nur in schwarz-weiß, was mir persönlich nicht so gut gefällt. Dafür, im Inneren wieder ein Booklet-Text von Nando Rona, in der gewohnten Aufmachung, als halbseitige Mischung Text und Bild. Dazu, ist das Robby, ein paar coole Bilder, also ganz ehrlich, auf den Film bin ich schon echt gespannt. Das könnte irgendwie ein absolutes Highlight sein, auch wenn ich mir, muss ich sagen, nach der Präsentation auf dem Media Book ein bisschen trashig vorstelle, aber das könnte durchaus sehenswert sein.